Ich rede nochmal mit meinem Dönerfreund. Sag mal, was ist da echt mit dem, oder? Richtig. Ich hoffe einfach, wenn ich mit diesen Katzen spreche, dass ich einen Gutschein geschenkt bekomme. So, ich will jetzt aber erstmal den machen. So, Killer. Fallen habe ich dabei. Ich könnte noch Materialien mitnehmen, weil ich mir in der Mission noch eine zweite Falle machen kann. Achso, der will ja jetzt... Achso. Der hat sich jetzt gerüstet für Lagombi. Achso, wir können auch von mir aus das Lagombi machen. Ne, jetzt geht der grad wieder zurück. Ja, ich will ja wie gesagt alle Missionen erstmal durchgehen. Da fehlen mir jetzt nur noch Gobul und... ... ähm, die letzte. Kann ich das nochmal gucken? Also, letzte... nicht letzte. Ach, diese... diese Kantinenmission. Genau, die letzte Kantinenmission. Das hab ich gerade gesucht. Ah, genau. Das waren die sechs Goldfische. Hm. Oh Gott. Und wo bleibt der Achilles? Achilles. Schreibt mal. Ach, der ist englisch? Hm. Keine Ahnung. Der hat doch auf Deutsch geantwortet. Vielleicht hat er einfach einen festen Spruch gemacht. Okay. Okay. Verlaufen. Ach komm, dann können wir aber trotzdem. Da haben wir halt nen Cha-Cha dabei. Ja, haben wir auch einen... Jemals dürfte mein... Na, oder seine sein. Ich hab keinen. Ich hoffe, seine... Ich hoffe, seine dürfte höher sein. Du kannst ja Cha-Cha auch leveln. Ja. Ähm. Wann willst du Reit mal... Fertig machen? Ich will starten. Ja. Blink da noch. So. Dann reißen wir ab. Oh, die Lanze sieht eigentlich cool aus von dem. Hm. Hab ich jetzt nicht aufgepasst. Die hat so nen gläsernen Effekt. Hm. Also Licht-Effekt. Okay. Ich hoffe, er lässt mich diesmal meine Farbbeschichtung nutzen. Oh, hier Ra, sie haben's... Blöd. Oh nein. Ich erinnere mich noch. Frage-Limit für dieses Objekt. So. Nimm wir mal die Karte. Nimm 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 mal die Karte. Pff. Kannst du von mir aus nehmen. Okay. Brauchst du Gegengift? Nö. Ich nehm mir das von der Seefahrtsnei und die Ration mit. Ah. So. Ah, ich hab Angriffs-Buff. Das ist doch gar nicht. Ich hab Death. Ich werd mir dann denk ich mal gleich... Aber wahrscheinlich wirft eh einer vor mir einen Farbball. Oh. Der wend einfach sofort los ohne Halt zu machen. Ja, gut. Seine Rüstung ist auch denk ich mal dementsprechend. Oh. Und er hat das schon Dizzy gemacht. WTF? Oder hat er die Blendbombe mitgenommen? Daran müsste ich mich auch langsamer machen. Oder sowas produzieren. Zack. Zack. Ich bleib hier einfach mal stehen. Wo ist er denn? Oh. Ich versuchte mal unseren Hafen. Wow. Ich glaub den Grasian fängt Gift nicht ganz so viel. Der macht selber Gift Schaden. Ich weiß es nicht. Oh. Ich hätte mal meine Ration einwerfen sollen. Denk ich mal nach dem Kampf dran. Oder beziehungsweise wenn der wechselt. Ich weiß gar nicht. Das Vier hat mir doch so Haufen an Schaden gemacht. Wenn ich mich recht erinnere. Okay. Das ist sehr wenig gewesen. Ich glaub's mag's nicht, dass ich's wegge. Au. Ich will mich nicht um. Und schrei. Ja. Ich war voll die Katzen umgeschrien. Zumindest sah das so aus. Nein. Ich will nicht mit hier spielen. Der Schlagmuss ist. Jawohl. Der auch. Hast du eigentlich Gift wiederbekommen am Anfang der Mission? Ja. Okay. Man kriegt am Anfang jeder Mission Gift. Aber ich glaub gegen Ragea sind das echt nicht gut. Ich will das nicht weggehen. Kannst du deine Beschichtungen verballern und danach gehen sie später und lassen. Das stinkt nicht. Ich denk auch nicht, dass das funktioniert. Oh ich hab's noch mal in den Schwanz gehabt. Hier. Puh ey. Ich muss hinten aus dem Eck raus. Okay. Alle 20 Pfeile drauf. Oh. Ich hab's grad vergiftet. Ich brauche alle 20 Pfeile. Oh. Oh. Der Nächsten besucht unseren Hafen. Oh verdammt. Mein Leben. Mein Leben. Mein Leben. Die Frage ist halt immer nur, ob die Abonnenten sind oder nicht. Oh. So. Deiner. Naja. Oh Gott. Cool. So. Und den Hafen wieder verlassen. Also ich hab das Gefühl, es kommt immer zu lags, sobald jemand den Hafen betreten will und sobald einer ihn verlässt. Das kann sein. Oh Gott. Framerate Einbrusher. Ja. Ich guck mal. So. Sag mal. Lass mal aufhören zu verlassen. Um dich weiter zu drehen. Ich versteck mich. 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 Voll aufm Kopf. Oh. Keine Interesse. Oh. Das hat keiner gesehen. Was? Ich hab grad voll ins nichts geballert. Oh. Passiert mich auch, dass ich uns nichts schlage, weil ich meine Reichwege nicht mehr schätze. Die sind nicht die Marken. Scheiße. Ich steck's mal da dran. Das muss echt wehtun. Dafür gibt's ja auch noch ne Fähigkeit. Au. Oh. 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 Ey. Katze. Au. Ich wollte sie treten. Die ist mit einer Bombe hinterher gelaufen, die Blüttel. Katze. Tappe nicht Keyrun. Oh. Hi. Warte. Ach. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Boom. Ah. Mist. Nicht den Kopf getroffen. G selections-oism mit dem Kopf weg. Ich glaub der auch einen Schwanz. Jop. Oh. Wow. Killer. Ganz ehrlich, bei Killer muss ich so ein bisschen an einen Hundename denken gerade. Fällt mir gerade so auf. Ja, schon. Killer sitzt. Ja, ich glaube, so würde ich meinen Hund nennen, wenn ich total nervige Nachbarn hätte. Killer, komm her. Fang das Bällchen, Killer. Adrian. Warum trinke ich einen Trank, wenn ich Erste-Hilfe-Arzt in der Feind? Weil du die Erste-Hilfe-Arzt mal sparen willst. Ja, völlig klar. Jetzt hat er Adrian gefallen. Adrian. Ja, ich weiß nicht, wer das ist. Keine Ahnung. Ich muss nie rausfinden. Deswegen. Ja, das sieht man glaube ich gar nicht, oder? Nein, das sieht man nicht. Also zumindest nicht von außen und irgendwie in-game habe ich das jetzt auch nicht gesehen. Farbbeschichtung, brauche mal ein bisschen. Ja, was sonst? Äh, ich bin gerade gekommen, warte doch, nee, ich gehe nochmal gerade zurück. Ich hole mir die Giftbeschichtung. Ich gehe da lang. Bis kürzer. Ja, ich gebe mir nur die Giftbeschichtung. Wo geht Killer lang? Oh, hi. Oh, die leere Viola wurde. Naja. Bis schon, okay. Oh. Ach, du saberst? Ach, der Saber hat auch keinen Mund, oder dass keine Feuerkugeln kommt? Ach, der Saber hat ja einen Flak aufs Maul. Ich komme auch mal an, oder? Boah. Autsch. Ist mal noch eine Ratio. Ja, passiert gerade sehr viel bei mir. Aber das muss ja auch immer sein. So. Soll ich es mal versuchen zu verkippen, denn davon ist nicht viel zu viel. Weil ich nehme mir ja immer die Giftbeschichtung mit, wenn ich mit Doppelgring spiele. Komm, Gift verschwinde. Ach, das ist das Gift. Habe ich überhaupt ein Gegengift? Nein, ich habe kein Gegengift dabei. Ich habe dich gefragt, ob du es willst. Ich hätte nicht mehr an Ratio ans Gift gedacht. Ähm. Stimmt, ja, das hat ja Hunger, das Vieh. Willst du ein Gegengift haben? Ich halte mich jetzt einfach dagegen, aber fett schon aus. Aber für was brauchst du so eine große Echse Gift, frage ich mich. Tja, für den Fall, dass der männliche Vieh-Barm von Master Child trefft. Soll ich. Keine Ahnung. Hat Ratalos nicht aufgeben, oder hat es nur Ratio? Hat es mir Ratalos nicht aufgeben? Oh. Oh. Das hatte ich fast nicht gekriegt. Fuuu. Ha. Und irgendwie spart gerade. Eins weiß ich, es springt gut. Es geht nicht ins Wasser, deswegen gehe ich gerade mal. Irgendwie spart mir fast gerade. So von dem Sound, quasi. Ja. Oh Gott. Oh. Nein, nein, nein. Don't focus me. Ach, hallo, Ludrod. Prostisch. Don't focus me. So. So, wo bist du denn? Ach, schon ein paar, ein paar Hauen? Ja, wir haben uns ein bisschen massakriert. Okay, du fliegst hoch. Also rennen wir mal geradewegs auf die Sieben. Joa, muss ich auch mal behaupten. Ich muss ja nicht wett. Das ist halt echt so sein Vorteil. Ich versteck mich, ich versteck mich, ich versteck mich. Verdammt. Ich kann nicht in diesen Busch rein. Halt, lass, versuche ich nicht zu. Sie haben das Tutorial noch nicht absolviert. Hat er was gegessen, oder? Nee. Okay, dann ist einfach so wieder nicht mehr hungrig. Ich glaube, der hat gerade noch Schmerzen. Ach, junge Damen. Sie haben ihren Schwanz noch nicht verloren. Ach, hallo. Ich würde auch gerne mal meine Waffe ziehen. Letztestärke gesunken. Also die Schärfe gesunken war. Toll. Oh, hallo. Mein Leben ist niedrig. Meine Waffen müssen immer geschärft werden. Ich schieße ja gerade die ganzen Pfeile hinter. Ah, gut. Schärfen wir mal eben. Nein. Du hättest mich fast getroffen. Mit deinem Panikschuss. Ja, da war aber kein Ratieren. Du hast trotzdem drauf geschossen. Ich sehe ja genau. Au. Oh, oh, sie will mich. Junge Damen. Hören sie auf. Gift. Gift, ich hasse dich. Ja, sollte... Sollte bald den Geist aufgeben. Sollte. Ich gebe gleich den Geist auf. Hilfe, 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 Hilfe. Ich wechsle halt kurz in drei. Zug. Ich bleibe erst mal hier kurz stehen. Ja. Machen wir mal hier die Giftbeschichtung rein. Gift, kannst du mal bitte aufhören zu wirken. Ich hasse es, gegen Gift mich hochheilen zu müssen. Okay. Ja, hat sie aber abgebrochen. Komm, ich heim mich jetzt einfach hoch. So. Nein. Ich habe nur ein Gift schon in drei Minuten. Ähm, wieso dreht sie sich so langsam? Ach so. Ich habe sie einfach weggeschossen. Weiß ich nicht, ob du uns weggeschossen hast. Oh ja. What the fuck? Yesa! Mach schön einen Schweif ab. Na komm. Endlich. Ja. Oh. Das wusste ich nicht. Wenn du den Bogen gespannt hast und y- und drückst, dann machst du so einen Ausweichsprung nach hinten. Hm. Man, der will er sich umgehen. Moment. Oh, der Vater ist auch gelaufen. Egal, ich finde sie schon. Moment. Psychoserum? So sagt er in der neuen. Ja. Sag ich auch. Ich will mal die Farbbeschichtung testen. Ob das nach einem Schuss funktioniert oder ob das mehr Schüsse braucht. Oh. Och, er hat schon. Oh. Was macht er schon wieder? Wow. Hat er jeden von uns getroffen? Ja. Einmal rechts, einmal links und bam, 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 alles getroffen. Das war so. Ich muss rein. Wow. Nur nicht zu schnell. Oh, ich sollte mich heilen. Na ja, sei eben, kannst du auch das jetzt über den Rückzug antreten, das ist viel. Ich gehe mal gerade in einen anderen Bereich, zum Heilen. Okay, also jetzt merkt man echt die Erschöpfung der Monster auch. Barazian war das aber schon erst einmal davon. Das ist so oben im Monster. So. Hop, 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 hop. Renn der nochmal schnell durch. Wow. Ich dachte, die will abhauen. Das ist doch anders. Nice to meet you. Oh, du hast mir voll in den Rücken geschossen. Das macht ja. Ich habe sie noch. Summer. Hallo, du kleines Mistvieh. Verdammt. Sag mal, kannst du damit aufschufen? Okay. Ich wollte nochmal gucken, ob du wirklich reinläufst. Ich sehe das nicht, wo du hinschießt. Ich weiß. Mindgame und so. Klar, wenn ich in diese Richtung das Gebiet wechseln will. Ja. Nein. Verdammt. Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe... ähm ok na wo wir mal BAM fällt der Razzian vorläuftig Aua er hat vor allem getötet ok Razzian-Panzer ich weiß noch ich bin im ersten Teil sehr lange mit Razzian-Rüstung hier rumgelaufen die ist auch eigentlich ziemlich gut von der Anfang ja sie hat gute Dev gegeben und halt du hattest maximal das Life Dauer ob mitkochen oder ohne aber das konntest du später ähm sowieso ersetzen wegen dem kochen ja ich hab noch mal Katzen getrunken so ich will mich direkt über den Koffer aufstellen so ach schade hätte nicht geklappt so wie ich es wollte ich pack mich rein ich bin getan ok einmal treten zack BAM die Katze äh meine bleibt einfach stehen sie macht nichts mehr nein mit Bogen ausgefahren möchte ich nicht posen und ich nein ich tue den Bogen nicht zusammenplatten so so Razzian-Schuppen Razzian-Panzer boah ich hab hier was hab ich noch bekommen Rüstungscool Plus schon super hm so so dann fehlt nur noch wen fehlt denn noch äh Gobbul Gobbul fehlt mir und die Quartinenmission und einmal Tatzenpass Gubbul war glaube ich sogar eine äh 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 Kantinenmission wenn ich mich nicht äh der hat schon was aufgemacht Fischer's Feind Lagiar-Cross mit äh mit meiner Rüstung nein wir können keinen Lagiar-Cross machen kannst du zwei Sterne den Arm nicht annehmen oh doch komisch ja aber ich weiß nicht ähm ausrüstungssätze ich kann keine auswählen das ist ja hoppla ich kann nur die 1er auswählen ja ja weil wir die dringende Quest mal nicht haben so so waffen schmieden gucken wir mal ob es eine Doppelklinge gibt nur mal ne also ich bin immer noch von Wacken der Typ hat so viel kombiniert aber keinen einzigen Effekt davon Bogen stimmt ich glaube Bogen oh Königinsprenger okay ich brauche noch einmal Rasian dann werde ich mir einen neuen Bogen machen der oh der hat nochmal einen hä es gibt noch einen dritten äh Bogen ich habe ja gesagt es gibt einen explosiven und einen äh weiten der hat einen Fokus okay okay dafür bräuchte ich noch einmal Rasian und dann ein paar Erze fahren oder Kurupack natürlich ne machtsam und Diamantsamen kann ich kaufen und ein günstiges Set was hat denn da was ist denn das für eine Klinge was macht denn die für ein Schaden oh jetzt ist mein Geld weg oh es ist teuer diese Nüsse sind teuer und ich bin für und ich bin für ich bin für ja across one hit äh two hit na okay two hit ja guck mal guck mal mal was hast du hier uuuuuhh nicht okay soll ich nochmal schnell nach dem Land Paar sortieren so für gibts hier was was ich rausschmeißen will naaaain Was machen wir jetzt? Gobul, ne? Wahrscheinlich. Äh, eigentlich ja. Ich brauche Pulp für Luggy. Konnte Gobul effektiv. Nein. Paralysieren. Ja, gut, hab's nicht funktioniert. Fallen hab ich, Tränke hab ich. Wetzsteine hab ich. Steaks hab ich auch. Ich will ne andere Mission aus, der kann mich mal. Nee. Ich kann, ich kann den einfach nicht machen. Wenn er nicht auf das reagiert, was ich im Chat schreib, soll er, ähm, was anderes machen, ganz ehrlich. Jo.